Wo waren wir gerade? Ach ja. Und ein paar Perlen zum Gesang. What the fuck? Ja, Perlen zum Gesang? Passt nicht. Perlen sind optisch. Perlen vor die Säue. So. Jetzt kommt der nächste Absatz. Und du hör auf, hör auf mir zu erzählen. Immer diese Wiederholungen. Hör auf, hör auf, mach das nicht, erzähl mir das nicht. Erzähle das nicht drum, dass du mich gefickt hast, weißt du? Es gibt nichts anderes, viel zu lange habe ich es geglaubt. Nichts anderes als zu erzählen, dass es Leben gibt, keine Ahnung, der total auf einer Wolke unterwegs, der Typ. Und du hast mich um meine Träume und meinen Tränen so lange beraubt. Ey Digi, gib mir deine Tränen oder Tod, weißt du? Gib mir deine Träume sonst Tod. Wusstest du das, weißt du, das heißt immer, äh, Träume werden wahr, aber auch Albträume sind Träume. Und dann sagt das nochmal, du hast mich um meine Träume so lange beraubt, blabbi blubb, hier Tränen, etc. So, und jetzt kommt diese sentimentale Part hier. Frag dich selbst, bist du glücklich mit deinem Leben? Ist das, was du machst, wirklich das, was du machen möchtest? Ja, ich will unbedingt hier sitzen und diesen Dreck, Dreck durchgehen, wovon ich schlechte Laune krieg, ja. Sparst du Zeiten, wofür sparst du sie? Na, um mehr Sachen zu machen, bei denen man wieder Zeit sparen kann, weißt du? Die Engine des Lebens stellt halt die schönste Grafik dar. Wenn es einen Film über dein Leben gäbe, würdest du anschauen, würde er dich faszinieren. Und da frage ich mich wiederum, wenn ich jetzt einfach mich auf Sofa setze und mich filme, würde ich es mir angucken. Und ja, ich gucke es mir nochmal an. Weil stell dir mal vor, ich habe jetzt hier ein Popelkleben oder so und stelle es ins Netz. Natürlich muss ich mir das nochmal angucken. Woher habe ich hier... Oh Gott, oh Gott. Sieht aus wie ein Penner. So. Sechs Euro für eine Stunde auf der Arbeit. Erster Fehler. Was würdest du zahlen für eine Stunde in einem sonnigen Tag im Park? Ja. Ähm. Geld ist quasi für Arbeit der Gegenwert. Und eine sonnige Stunde im Park ist kein Gegenwert. Drei Kaffee... Jetzt nochmal für unsere deutschen Zuschauer. Es ist eine Raststätte, wahrscheinlich eine Autobahn-Raststätte gemeint. Da frage ich mich ernsthaft. Wer kauft Kaffee auf der Raste? Ich meine, wenn man sich den selbst macht, zahlt man für eine Tasse vielleicht so 40 Cent, wenn man den guten nimmt. Warum kauft er sich Kaffee auf der Raste und beschwert sich dann, dass er teuer ist? Warum geht er für sechs Euro arbeiten und beschwert sich dann, dass er zu wenig Geld kriegt? Also, die Frage ist nicht mehr glücklich mit seinem Leben, sondern hat man irgendwie nicht so Knacks an der Waffel, weißt du? So. Würdest du in deinem Leben etwas anderes machen, wenn du wüsstest, dass du nächstes Jahr sterben würdest? Und das will ich mal sehen. Das will ich mal sehen, wie man weiß, dass man nächstes Jahr stirbt. Aber ich habe die ganze Zeit so einen trockenen Mund, das stirbt mich total. So, weiter im Text. Hast du Ideen oder haben sie dich? Nein, Mann, du hast keine Ideen, sonst würdest du mal nicht die ganze Zeit darüber reden, wie du atmest. Fühlst du dich auch manchmal auf eine bestimmte Art und Weise einsam, eine Art, die dich fast zerfrisst? Das ist genau dann der Fall, wenn man einsam ist. Fühlst du dich auch manchmal auf eine bestimmte Art, weil sie einsam, bla bla bla, eine Art, die Worte nicht beschreiben können? Nein. Denn einsam ist ein Wort. Also, er widerspricht sich. Du bist dein Ticket aus diesem Käfig. So, auch wieder falsch. Ich bin kein Zahnrad und ich bin auch kein Ticket, denn ein Ticket ist aus Papier. Das ist bedruckt. Ich bin weder aus Papier noch bedruckt. Ich habe eine Tätowierung am Oberschenkel. Wir liegen alle in der Gosse, voller Sterne ist die Welt. Jein, sage ich mal. Also, ich sitze auf dem Sofa. Die Welt ist voller Sterne. Also, ein Großteil des Universums ist tatsächlich leer, da ist Vakuum. Man kann natürlich sagen, es sind sehr viele Sterne unterwegs, aber verhältnismäßig ist die Welt nicht voller Sterne. Es findet sich hin und wieder mal ein Stern. Dann sagt er das mit der Gosse. Wenn er es mehrmals sagt, man glaubt es ja irgendwann. Er glaubt, dass er uns damit überzeugen kann, aber nein. Ihr sitzt gerade vor dem PC, ich sitze auf dem Sofa. Keiner von uns ist in der Gosse unterwegs, glaube ich. Klar kann man sich das Video in der Gosse liegend auf dem Smartphone angucken. Smartphone. Was ist das eigentlich? Smartphone. So Schaum, der dich angreift. Ein voller Sterne ist die Welt. Also, es würde auch noch am dritten Mal sagen, nicht wahrer. Es bleibt so, dass die meiste, die meiste Teil des Universums, oder wenn er mit Welt gleich Erde meint, dann ist auch falsch, weil das ist, ist ja nicht voll mit Sternen. Also, es ist ja so, dass der Planet Erde zwar nicht zum größten Teil des Erde ist, aber ein Stern ist so heiß, da würde die Erde sofort ganz warm werden und dann würde er wieder verbrennen. Da hätte er es. Also, es ist quasi seine Wunschvorstellung zu sagen, voller Sterne ist die Welt, weil die sind so scheiße heiß, dass er verbrennt. Und das ist eine Referenz zur ersten Zeile, zur zweiten, Entschuldigung, zum zweiten Vers. Nein, ich will brennen. Also, er würde sich wünschen, auf der Sonne zu leben. Äh, fucking heiß als ein Abenteuer am Nordpol. Dankeschön, danke fürs Einschalten. Robin, lösch dich.